Hallo und willkommen zu einem neuen UI Video. Ein kleines Unboxing eines Kinder Überraschungseis. Ja, so sieht es aus und dann werden wir das Ganze auch einfach mal öffnen. Zuvor natürlich der Schütteltest. So, von dem Geräusch hier könnte es eine Figur sein. Aber genaueres erfahren wir natürlich erst, wenn wir das Ganze komplett ausgepackt haben. So sieht die schöne leckere Schokolade aus. Und das Gelbe vom Ei in der Mitte, das worum es den meisten hauptsächlich geht. Ich hole mir die Eier auch natürlich immer wegen der Schokolade. Extrem lecker. Beim Schütteln nichts zu hören, das widerspricht jetzt meiner These, dass sich hier drin ein Schlumpf, also eine Figur befinden könnte. Hier ist irgendwas anderes drin, es sei denn, es ist jetzt der liebe Gargermehl. Der hat bisher auch immer nicht geklappert. Ansonsten haben Schlümpfe immer ein bisschen mehr geklappert. Ich glaube, es ist zwar eine Figur, aber eine von diesen Tierchen. Schauen wir mal rein. Und Tatsache, es ist eins dieser Tierchen. Diese Tierchen sind sehr weich. Es ist das Krokodil und deswegen klappern die auch nicht so. So, was haben wir dabei? Dieses Tierchen bekommt natürlich, wie nennt man das, einen kleinen, so, ein Auslauf oder sowas, wo man es reinglätzen kann. So sieht es dann aus, das kleine Krokodil. Hier, die Gefahrenhinweise. Na, Tunes. Wir haben da dieses kleine Krokodil. Krokodilos Yonsoni FT-012. So sieht er aus, dieses kleine Krokodil. Hier nochmal ein paar Fakten. Kann bis zu 1000 Kilo schwer werden. Was jetzt die 68 heißt, weiß ich nicht. Und von der Größe zum Menschen, ja, ist schon recht groß. Gut. Das war jetzt halt mal ein kleines Unboxing der Tunes mit diesem kleinen Krokodil. Ja, es sieht schon recht süß aus. Es ist recht süß gemacht. Oh, hier auf dem Auge ist sogar ein A drauf. Warum hier ein A drauf ist? Sollte vielleicht gar kein A sein. Nö, naja, das ist er. Das kleine Krokodil. Und ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch gefallen. Ich werde mich jetzt über die Schokolade erfreuen. Das war es von mir. Bis zum nächsten Video. Und jetzt am Ende natürlich noch ein kleines Auto. Schaut es euch an. Guckt mal in das neue Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit. Kinderüberraschung. Vierer Packung. Vier Öl, äh ja, zwei Porsche-Modelle garantiert. Ja, es ist eine limitierte Porsche-Sonderaktion seit heute bei uns hier im kleinen Örtchen im Handel. Und ich habe mir natürlich gleich entsprechend was mitgenommen. Vier neue Porsche-Modelle gibt es jetzt zum Sammeln. Und zwar den 911er Carrera, die Ikone. Dann gibt es den 911 Carrera RS, der Leistungssportler, der Porsche Boxster, der Kurvenfern und der 356er Speedster, der Klassiker. Ja, hier ist jetzt einmal der Rote vorne drauf und hier unten sind die beiden abgebildet. Einmal der Boxster und der 356er Speedster. Ich bin ja gespannt und hier oben bei den Karten ist auch nochmal zu sehen, ob wirklich diese beiden vier...